Yay! Gib, 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 gib! AHHHHH! Inkompetent! So, hi. Ich hab nur Spaß erkenne, ey. Ich hab ihm ne Waffe gegeben. Wo bist du? Geh die doch jetzt! Geh die! Jetzt geh mal für die scheiß Waffe! Aber du verfassst! Ich seh das bei dir jacken. Ja, kill den jacken! Ja, ich bin nicht in deiner Nähe! Kill den einfach! Alter! Ich muss auch erst hinfliegen. Hast du ein Heli? Ja. Da ist es. Wieder okay. Gut, dann versuch ich mal in deiner Nähe zu kommen. Versuch mal nicht in die Nähe! Boah! Oh, oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh mein Gott! Hui! Hab ich drauf? Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich muss hinter die Sache hier. Ja, ich muss jetzt nur schieben. Das ist scheiße schwer. Ich geh nach hinten, hinter die Wand da. Was ist das so scheiße zu tun? Hast du einen Lankraketen? Ja. Warte, wo musst du hin? Fuck! Ich muss einfach nur warten. Kannst du noch mal? Ja, ich hab den verfolgt. Ja, ich hab den verfolgt. Okay, dann da ist der Chat. Ich seh. Ich muss den fucking grillen. Kommt, Alter. Ist ja richtig kaffe grad hier. Wie läuft's bei euch, Babel? Gut. Ich bin einmal schon gestorben. Wir haben kein Teamleben mehr. Und, äh... Da sind... ...Wat Leute. Wo ist der scheiß Chat? Ist der hochschlug? WTF? Ist das einfach mal süß da, Alter? Dort. Bisher hatte ich ja alle Nusskräfte dagegen. Warte, reicht das, wenn ich einfach abhaue von dem? Dass der mich nicht mehr sieht? Warte, ich hab den jetzt kurz gar nicht. Ich weiß nicht. Ich muss den, glaub ich, abschießen. Weil ich find den nicht mehr. Du siehst, der ist doch markiert auf der Karte. Ja, aber... Alter, wo wäre ich denn angeschossen? Warte, ich hab den jetzt kurz nix. Warte, ich hab den jetzt kurz nix. Ja, ich auch. Also, ich versuche jetzt einfach mal aus dem Bereich der Polizei wegzukommen. Designer kann einfach nicht sterben. Da rate ich, glaub ich, hab ich... Ja, ist das wieder der gleiche Scheiß-Bug oder was? Weiß'n? Bei uns sterben Typen nicht. Entschuldigung, wir sterben, jedoch. Er bewegt sich eher noch. Soll mal. Soll ich euch helfen? Alle Nusskräfte. Ja, Nuss ist das Wort. Okay, am besten jetzt einfach mal den Jack Stand. Weißt du, wie Scheiße langsam der ist? Alter, wo denn? Ich weiß, man würde die G'schatt hinfliegen. Fliegt du mal zu mir, weil er fliegt dir nach. Ja. Äh, wir müssen jetzt gleich hinter mir kommen. Ja. Also, ich seh' dich jetzt noch nicht. Oh, ja. Ich seh' dich, ich seh' dich. Ich bin da jetzt bei dir. Ja, danke. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ich bin amüsiert. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Oh, ein Sniper. Was, ein Sniper? Fuck, komisch. Flieg wieder zu mir. Ja, ja, ich bin am Weg. Was musst du ja nicht gerade machen, David? Wir müssen das Wort, äh. 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 Wir müssen das geschafft haben, fast. Und fliegt dann erst dahin. Obwohl wir haben jetzt das Zeitlimit. Ach ja, stimmt. Das ist natürlich blöd. Neustadt, 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 Neustadt. Alle nicht. Ja, ja, schon. Mal schauen, wo wir starten. Ihr solltet wahrscheinlich schon ziemlich näher. Na, wir sollten mal neulischen. Oh, man. Ich hab schon. Ich hab' einfach zu lang brauch' zu hinfahren. So hätt' sich jetzt so geschützen können. Okay, was immer. Oder starten wir an, oder? Ähm. Alles klar, wir starten beim Bus. Ich starte ja irgendwo. Du wirst, wie du bist, zum Bus fahren. Den übernehmen. Alter, da steht kaputzer Panzer. Was? Ganz kaputt, oder? Ja, total kaputt. Ja, dann hab ich schon. Ein Haufen Schott. So weit ist es für mich. Nicht allzu weit. Bei meiner ist auch nicht allzu weit. Warte, was ist denn, wenn ich einfach nicht einhause? Das ist auch ein Zeitlimit vergangen. Ja. So. Ist das grad bei der Karre gewesen? Naja. Seid draußen. Baut doch beim Stehen. Also es wäre gut, wenn ihr das so schnell wie möglich schafft. Denn für mich ist es äh... Das hätte ich eigentlich. Das hätte ich eigentlich. Wenn du dann so einen Set auf ein schießt, auszuweichen, oder das geht nicht unbedingt einfach. Ja. Wer mich jetzt hat, ich bin ich schnell und habe mit seiner Zeit. Also steigst du nicht gleich ein. Lass mich erst mal in den Hubschrauber kommen, okay? Okay. Okay. Weil die muss ich erst mal den Buser falten. Mit den dann hinfahren, den zerstören. Und dann muss ich den Hubschrauber kriegen. Den Hubschrauber... äh... Den Hubschrauber hochkriegen. Den Hubschrauber hochkriegen. Okay. Hab ich grad cool. Hab ich grad cool. Hast du den Heli? Nein, ich bin noch... Ich hab grad den Bus. Also... Das muss ich... Ich muss erst mal den Bus... Und jetzt muss ich den Bus noch irgendwo hinfahren. Okay. Ich sag dir, wenn ich beim Video... Ich hab den drüben voll auf den Ort gelegt. Okay. Jetzt muss ich den Bus erstmal ein bisschen fahren. Okay. Äh... Ich sag dir, wenn ich beim Video... Es könnte mitlauern. Mhm. War vielleicht nicht so ne gute Idee, das jetzt während der Mission zu machen... Oh fuck. Das war dumm. Bemerkt man's. Der... Ja, der Typ, der... Das war ganz ehrlich. Ja, dumm. Bemerkt man's. Warte, mir ist grad gar kein Zeichen. Dann wäre man hinten auch ab. Doch, sechs Minuten hab ich nur. Bei mir ist keiner. Ja, ich glaube. Ja, wahrscheinlich hab ich noch sechs Minuten zum Flugzeug zu kommen. Ja, mach... Dann mach wieder. Bist du schon dort? Ja, ich... Ich spring jetzt gleich in den Flugplatz rein. Okay. Ich sperre mich. Oder... Ist ziemlich lahm. Ja, super! Ich bin da nicht mal reing... Oh cool, das geht direkt auf. Soll ich vielleicht auch die Ziele nicht mehr rein springen. Ich muss nicht mehr rein springen. Ja, sie mal. Ja, ja. Aber vielleicht glaubt ihr dann, dass... Aber es flugzeuger Merkstuhl ist, dass wir uns die Ziele... Ja, dann macht sie mir nicht. Ja, dann mach sie mir nicht. Fuck, die falsche Gefahr. Oh shit. Komm ich nicht ab. So, ich bin jetzt ein Flieger. Okay, wir haben. Okay. Okay. Daher... Abzirnwacht oder oben. Danke, eine Frau. Hoch. Nein, ich kann... Okay. Das ist fast so richtig geil. Andere ist die Ziele. Zieh hoch! Zieh hoch! Hilfe! Nein! 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 Boah! Na, nein! Ja! Ich hab' mich leer! Sieh hoch! Doch, ich hab' mich gehe! Da hab' mich leer. das zählen ja ich hab schon und noch vier Minuten Zeit um mich hinzubringen das kann nicht mehr Wohin musst du mit dem Flieger? also wie werden musst du weg? hier halt zu dem Flugplatz, das war eben relativ weit also warte, du musst zu meinten, du bist dort lang da wo ich wär's? zum Flugplatz von Shain, äh, Sandy Shores komm mit das ist doch jeder Adventure, oder? ja, das ist da wo wir eben waren ja ok, dann land da einfach, bist du nicht gehandelt? dann sollte ich denn da landen? dann wurde gesagt, das ist das erste mal ja, aber dann sollte ich da den, 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 äh, Kampfjet ausweichen wenn ich landen würde, würde mich doch direkt kaputt schießen ok, sorry ich hole Waschekowski boom, boom, motherfuck ja, komm, komm, lau nicht ja, 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 in die Knarre drückst du mit deiner Knarre, Alter also, Leute, bei mir könnte es jetzt knapp werden weil ich nur noch 3 Minuten 20 habe, um da hinzukommen das ist noch nicht weit das ist schon keine Sache ich muss auch noch den ganzen ich muss auch noch den Hebel kriegen ich seh dich schon auf der Map ja? oh Gott aber noch weit weg halt nicht auf nichts mehr ich bin grad mal bei dem Weinboot Hilds das ist nicht schlimm, natürlich das ist nicht schlimm ok, schnell, schnell Alter, wie viele Typen da sind wir haben aber 15 Schuss boah, wir müssen da so ein lahmarschiges Flugzeug sein nun kann ich nicht einen Jet haben oder so aber ich bin eh gleich da ok, ich hab ein Heavy gut, selber ok und da, gleich auf Raketen statt Raketen ja ich hab einen Bug gehabt, dass ich sie also, ich bleib bei dem Flugplatz hm Bewegt sich, ok, jetzt bewegen sich so, jetzt bin ich da jetzt können wir ein bisschen vor ist jetzt der Jet schon bei dir? mhm ok hast du noch einen Timer? ne, den Timer nicht mehr, weil ich muss immer noch den Hebel dahin bringen jetzt kommt jetzt kommt nämlich, äh da kommt der Jet jetzt ja, ich seh also ich seh noch drüben fahr auf, boh wenn da rum hab ich denn jetzt oh, oh, oh bleib aber mit da ist er da oben, da ist er so, da ist er warte, ich seh nicht, fuck, links fack ich dreh mich da und wechsel den versuch mal, da zu finden ja, geht fack, geh echt aus ja kriegst du denn, Doppel? alter, ich kann nicht durch den Zaun schießen weg, aber dreh, dreh dich dreh dich kann nicht durch den Zaun schießen entdeh du darfst das DGW komm schon, triff aufpassen oh, das sind ja noch nicht komm schon, triff, formal toll ich muss so ganz hin hab doch uuuuuh wird noch mehr da kommt noch einer, fuck wir müssen abhalten ich doch einmal was, wann noch wieder willst du die Panzerung oder ich? kannst du nehmen ja, du hast ihn ja, du hast ihn ja, du hast die schlechtere da kommt noch eine ja ich bin in der West sind die von, wir kommen die von oben wir müssen von mir hinterher dann fliegt er mal zu mir her und dann kann ich ihn gang auch was nicht, aber Granate nach oben voll gebrochen ne, das bringt sich mir gar nix halt auch ein bisschen weiter da siehst du, da ist er toll, von oben ist einer da kommt einer um die Ecke lass sie dich von unten abschießen aus dem Bild unten ja, einfach durch Headshot alles klar kommt jetzt wieder an reinlassen wir dich einfach ja, ein bisschen vorher die die oder die 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 Dammit Ich glaube an der Stelle Müssen wir schneiden Mach einfach ein Best Offer Aus der Folge Man muss ja nicht unbedingt alles Unanprogesehen haben Man muss jetzt so viel schneiden Wir werden auf jeden Fall An dieser Stelle mal schneiden Gut Wir sehen uns zum Glück Ja, nein Ich sehe dich überhaupt nicht Ich werde es ins Kalten machen Das ist ein bisschen